Was war die Zahnarzt für die Zahnarzt? Ja, es war einfach, wenn man das hier gewöhnt ist, das Ambiente und die Sauberkeit und Hygiene und die netten Menschen hier, es ist einfach schön. Erschrocken gewesen zuerst eben, oh was, Bulgarien und ja, nein, aber sie sind jetzt, die haben mir die Bilder schon geschickt bekommen, die sind alle begeistert und ich werde euch natürlich weiterempfehlen, ist ja klar. Das ist ja wie mein Bruder war schon vorletzte Woche da, zum dritten Mal, es ist schon in der Familie bekannt und ja. Ja, das kommt ja jetzt, das ist nicht nur so, das muss ich jetzt lernen. Alle super, sind alle zufrieden. Wir sind eine riesengroße Clique gewesen im Hotel, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gebildet, wir sind alle zufrieden, wir haben so eine tolle Woche gehabt. Wir sind auch an dem Ausflug mit dabei gewesen am Samstag, es war hervorragend, es war also super, einfach schön. Vielen Dank.